Halleluja und herzlich willkommen hier zur zweiten Episode der FIFA 21 Karriere Mitte Werder Bremen. In der letzten Woche gab es ja an einem Donnerstag das allererste Video zum Projekt. Dort habe ich euch ja gesagt gehabt, yo, gebt mir mal bitte ein paar Transfervorschläge, sowohl welche Spieler ich verkaufen soll, als auch welche Spieler ich verpflichten soll für unsere Mannschaft. Und zunächst einmal großes Dankeschön an alle, die daran teilgenommen haben. Dankeschön für eure große und rege Interaktion, sowohl unter den Kommentaren als auch privat, wurde ich mal wieder auch angesprochen, finde ich super klasse. Und jetzt habe ich mir hier auch so ein paar Spieler rausgeschrieben, die ich wohl gerne verpflichten möchte. Doch bevor wir uns anschauen, welche Spieler ich mir verpflichten möchte, schaue ich mir zunächst gemeinsam mit euch an, welche Spieler ich verkaufen möchte aus unserem Team. Beziehungsweise ich schaue mir einfach jetzt gemeinsam mit euch an, welche Spieler ich, welchen Transferstatus ich gegeben habe. Weil ich bin so ein bisschen durch meine eigenen Spieler durchgegangen, habe natürlich geschaut, mit wem rechne ich für die Saison und mit wem rechne ich nicht mehr. Natürlich, so ein Jirji Pavlenka bleibt natürlich absolut unser Stammkeeper Nummer 1, genauso wie Kapino unser Auswechselkeeper. Aber der Dos Santos Hesler, für den habe ich mich entschieden, den auf die Leihliste zu setzen. Der ist 21 Jahre jung, hat eine Stärke von 61, nicht der beste Spieler. Der soll irgendwo, irgendwo wo er kann, wo er angenommen wird, ein bisschen Spielpraxis sammeln, um vielleicht ein besserer Spieler zu werden. Des Weiteren habe ich mich dazu entschieden, jemanden wie, wo haben wir den denn, den Rieckmann beispielsweise auf die Transferliste zu setzen. Sein Vertrag läuft sowieso schon bald aus und mit dem rechne ich eigentlich kaum. 19 Jahre jung ist er noch, vielleicht wird irgendein anderer Verein noch ganz warm mit ihm, um ihn vielleicht nochmal irgendwann zu einem relativ guten Innenverteidiger halt eben hoch zu pushen. Des Weiteren habe ich auch einen Nawrocki raufgesetzt auf die Transferliste. 58er Stärke, 19 Alter, wie gesagt, sind sehr junge Spieler. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dort viele Vereine da draußen, vielleicht aus der dritten Liga, zweiten Liga oder so, mit solchen Spielern rechnen können und die da noch einsetzen und so weiter. Ich glaube, hier bei Bremen wird das aber sehr schwer werden. Als Weiteren sieht man hier auch schon bei uns in dem Verein die Rechtsverteidigerposition, die, ja, wir sagen einfach mal, die ist zu wünschen übrig. Dementsprechend kann ich euch jetzt auch schon sagen, habe ich mich auch darum gekümmert, einen Rechtsverteidiger, einen adäquaten zu suchen. Zumindest ein paar Spieler rauszusuchen, die wir vielleicht als Rechtsverteidiger noch dazu verpflichten können. Außerdem fällt euch auch vielleicht schon auf, dass die Verträge unserer Spieler nach und nach auslaufen. Da werde ich mich natürlich auch nochmal darum kümmern, mit den Spielern ein paar Gespräche zu führen, um den Vertrag natürlich zu verlängern. Jemand wie ein Bomb lasse ich im Team mit drin, auch im Real Life gefällt der mir ganz gut. Außerdem kann er auch, wenn alle Stricke und Nieten und alles mögliche reißt, kann ich ihn auch noch auf der Außenverteidigerposition spielen lassen. Ein Eras wurde gerade erst verpflichtet, dem möchte ich auch sehen, wie er sich so spielen lässt. Außerdem hat er auch die Innenverteidigerposition als Möglichkeit. Ein Ilya Gruev, nein, nicht der damalige Trainer, sondern Gruev als Spieler. Bei dem habe ich mich dazu entschieden, den auf die Leihliste zu setzen, weil vielleicht kann man noch was aus ihm machen, weil in der Mittelfeldposition sind wir ja nicht allzu gut bestückt. Ein Schönfelder packe ich auf die Transferliste, rechne ich auch nicht damit, dass ich ihn einsetzen werde. Chong wurde ja gerade erst verliehen, mit dem können wir nicht viel machen. Ein Schmied lasse ich einfach mal drin, weil er ist 20 Jahre jung, kann Mittelfeld auf jeden Fall noch spielen. Kevin Möwald verkaufe ich aber. Warum? Kevin Möwald ist vielleicht jemand, der uns so ein bisschen Transferbudget noch geben kann und ich weiß nicht, wie häufig er bei uns eingesetzt wird. Und ich glaube, mit so 72 Gesamtstärke plus 26 Alter kriegen wir noch ganz gutes Geld für ihn raus, weil ihr wisst ja, unser Transferbudget ist sehr, sehr limitiert und wir müssen schauen, wo wir am besten Geld herbekommen können. Ole Käuper, jemand, wo ein Vertrag ausläuft, wo ich mir nicht zu 100% sicher bin, werde ich ihn verkaufen, werde ich gucken, ob er weiter noch Teil unseres Teams bleibt, müssen wir dann einfach mal schauen. Ergestein bleibt natürlich absolut gar keine Frage. Einen Miner werde ich verleihen. Schaut euch den mal an. Der ist 64 Stärke momentan und 18 Jahre jung. Aus dem kann noch richtig was werden. Das heißt, wenn es da draußen irgendwo einen Verein gibt, der ihn irgendwie so mehr oder weniger relativ häufig einsetzen kann, wäre das super geil für seine Entwicklung, weil ich glaube, bei uns wird er nicht allzu häufig spielen können. Einfach nur wegen der Überbesetzung, die wir dann auch haben in unseren Verpflichtungen. Aber ich glaube, der kann wirklich was werden für uns. Schmid ist ja sowieso verliehen momentan. Bittenkurt ist natürlich jetzt bei uns geblieben. Ein Dingchi, bei dem glaube ich mir halt eben auch, dass der wirklich ziemlich guter Spieler werden kann. Mal gucken, ob wir den trainieren werden. Ein Osaku, habe ich euch schon gesagt gehabt, der wird absolut verkauft. Ist eine absolute Niete im Real Life. Den will ich ja auch absolut gar nicht im Verein bei uns drin haben. Soweit es mir auch tut. Er mag vielleicht ein ganz netter Geselle sein, aber spielerisch will ich ihn bei uns auch nicht auf dem Platz sehen. Den verkaufe ich. 30 Jahre alt, 75 Stärke. Für den kriegen wir auf jeden Fall, glaube ich, noch das nötige Kleingeld, um den einen oder anderen Spieler noch verpflichten zu können. Und den lasse ich liebend gerne vom Verein gehen und ziehen, sodass er irgendwo anders vielleicht glücklich wird. Aber hier nicht mehr bei uns. Teamrolle wichtig. Bist du bei uns nicht mehr, Osaku. Rashica bleibt natürlich. Einen Voltemade will ich auch mal so ein bisschen trainieren lassen bei einer anderen Mannschaft. Den habe ich auf die Leihliste gesetzt. Wir sehen hier schon, relativ viele Spieler würden wahrscheinlich von uns gehen, wenn das halt so aufgeht, wie ich mir das hier vorgestellt habe. Aber viele dieser Spieler sollen natürlich gehen, damit sie einfach halt eben sich so ein bisschen besser entwickeln können, die Potenzial ausschöpfen können vielleicht. So halt eben auch so ein Voltemade. Ein Davy Selk ist natürlich verliehen an uns. Einen Sergeant verkaufe ich diesmal nicht, weil der Typ ist 20 Jahre jung, hat eine Stärke von 69 und der Typ kann richtig was werden. Der hat richtig gutes Potenzial. Auch schon in FIFA 20 war das immer ein Spieler, der gutes Potenzial hat. Ich habe ihm in FIFA 20 keine großen Chancen gegeben. Aber ich glaube, das könnte jetzt hier ein Projekt werden, FIFA 21, wo er nach einem Jahr Laie vielleicht ein richtig guter Spieler für uns werden kann. Vielleicht wird es dann ja sogar die Momente geben, wo vielleicht dann so ein Johannes Eggestein auch ein guter Spieler wird, weil er auch 22 Jahre jung ist und schon verliehen ist. Wo die beiden dann so eine Doppelspitze führen können, eine absolut gefährliche. Ich freue mich da schon sehr auf die Zukunft. Ja und so ein Füllkrug natürlich bleibt bei uns gar keine Frage und das war es natürlich dann hier auch mit dieser Liste der Spieler. Das ist also das, was ich mir überlegt habe an Spieler, die ich so verleihen und verkaufen möchte. Da könnt ihr mir natürlich auch gerne eure Bewertungen, eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Und jetzt wohl zum spaßigsten Teil und zwar den Spielern, die ich verpflichten möchte. Wie gesagt, vielen, vielen herzlichen Dank für eure ganzen Vorschläge, auch wenn da natürlich mal so ein Vorschlag drin war wie Vinicius Junior und so weiter, die natürlich absolut nicht von dieser Welt sind. Die kann ich nicht verpflichten, Leute. Wir sind Werder Bremen, wir haben 12 Millionen Transferbudget, wenn es gerade so gut kommt. Wenn wir jeden Cent nochmal umdrehen, da können wir nicht jemanden verpflichten wie zum Beispiel so ein Vinicius Junior. Hier auch bei den Spielern müssen wir gucken, wo wir am besten, sage ich mal, auch preis-leistungstechnisch gut mit durchkommen, weil wir haben nicht viel Geld. Und wir müssen da sehr hoffen, dass vielleicht so ein paar Spieler von uns dann doch noch verkauft werden. Ich habe hier einen Ryan Brewster, mit dem habe ich eine ganz lustige Geschichte, weil ich spiele ja Football Manager und dort war er verliehen zu, ich glaube, was war das mal, West Bromwich Albion oder so. Sowas war er da verliehen und deswegen kenne ich den Spiel auch ganz gut. Wunderbarer Stürmer, sehr, sehr, also wirklich brutal starker Stürmer, wie ich finde. 20 Jahre jung ist er noch. Ich glaube, der wird ein bisschen zu teuer sein, aber deswegen habe ich ja auch so ein paar aus, ich sage mal, ein paar andere Spieler, wo wir da natürlich auch nochmal angreifen können. Aber Ryan Brewster wäre ein wunderbarer Stürmer, den wir uns verpflichten können. Denn als Ziel wurde uns ja vom Vorstand angegeben, yo, such mal bitte starke Stammstürmer für uns. Auch wenn wir ultra überbesetzt sind eigentlich auf der Stürmerposition, aber die wollen anscheinend Stürmer haben. Ryan Brewster würde da, glaube ich, perfekt reinpassen. Aber auch so jemand wie Joao Pedro würde da absolut reinpassen. Guckt euch das mal an. Spezialbewegung 4 Sterne, schwacher Fuß 4 Sterne. Work Rate high im Angriff, also hohe Angriffsrate im Angriff, was wunderbar ist. Er hat außerdem noch, vielleicht, wo kann man das nochmal nachschauen, genau, Außenrissschuss, angeschnittener Schuss. Also ein Spieler mit viel Flair, was ganz cool ist. Und ich glaube, auch wenn er 28 Jahre alt ist, also in Anführungszeichen alt ist, weil es sind ja eigentlich die besten Jahre eines Fußballers, so wie man es immer so schön schimpft, der würde auf jeden Fall ein wunderbarer Spieler sein. Der passt auch richtig gut bei uns ins Konzept rein, bei uns im Spielerkonzept, weil wir spielen ja auch mit Flügelspielern. Mit 1,84 Meter ist er auch nicht der kleinste Spieler, also der könnte auf jeden Fall sehr, sehr gut bei uns ins System reinpassen. Dann habe ich hier noch einen Adam Chlocek. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, ich kann leider kein Tschechisch, ich spreche ihn einfach Chlocek aus. Ich, wie gesagt, keine Ahnung, vielleicht guckt er irgendein Tscheche zu oder sowas, der mir irgendwie die Kommentare reinschreiben kann, wie man ihn ausspricht, I don't know. Wäre auch ein super interessanter Spieler. Er kann nicht nur die beiden Flügel besetzen, also rechtes Mittelfeld als auch linkes Mittelfeld, sondern kann auch einfach als Stürmer spielen. Und das würde auch super bei uns reinpassen, denn wir haben ja Flügelspiel bei uns und einen Stürmer, als alleinigen Stürmer zumindest vorne mit dabei. Und der könnte jedes dieser Angriffs, ich nenne es mal Triple, weil es ja Flügelspieler, Stürmer, Flügelspieler ist, kann er besetzen für den Fall. Was super, super cool natürlich wäre. Er ist außerdem auch ein schneller Spieler und man sieht es ja auch hier schon an den ganzen Eigenschaften, Distanzschützer und Dribbeltechniker. So ein Spieler könnte richtig gut reinpassen in so ein Flügelspiel, wie ich finde. Also Chlocek, auch der ist 17 Jahre jung, darf man an der Stelle auch nicht vergessen. Also jemand, der auf jeden Fall riesige Zukunft noch hat und der sich wunderbar weiterentwickeln kann. Richtig cooler Vorschlag hier, eurerseits. Gravenberg, wir müssen ja auch nochmal schauen, dass wir ein ZM uns suchen, weil da sind wir auch nicht bestmöglich bedeckt. Habe ich euch ja auch schon gesagt gehabt, da müssen wir auch schauen, dass wir uns dort gute Spiele an den Mann holen. Und Gravenberg ist auch jemand, wo ich extrem viel Bock hätte, den halt eben einzuziehen. Er ist ein sehr guter Allrounder, er kann sowohl sehr gut Pass geben, er ist außerdem auch noch Dribbel stark. Des Weiteren ist er aber auch relativ schnell, also der würde auf jeden Fall Overall ganz geil reinpassen. Der hat auch super körperliche Attribute, also wie beispielsweise Stärke und Ausdauer und so. Also er ist ein sehr, sehr guter Allrounder. Und ich glaube, weil der auch 18 Jahre jung ist, nach so ein paar Jahren könnte er auch vielleicht so ein bisschen der Taktgeber bei uns im Mittelfeld sein. Hat ja auch die Eigenschaften Flair, Außenrissschuss und Dribbeltechniker. Also wie gesagt, das wäre eine wunderbare Verpflichtung. Ich weiß halt eben nur nicht, wie teuer der sein wird, aber deswegen habe ich auch bei jedem dieser Spieler, die jetzt hier gerade drin sind, einen Scouting-Auftrag hingesetzt, sodass wir nach ein paar Tagen dann sehen können, wie es halt eben dann aussieht, vielleicht mit dem Marktwert und so weiter der Spieler. Dann gibt es hier noch einen Schkiri. Schkiri ist jemand, der aus Kölle kommt. Grüße gehen daraus an Christian an der Stelle, der mir ihn hier vorgeschlagen hat. Ich glaube, der würde einfach allgemein ganz gut in die Transferpolitik von Werder Bremen reinpassen. Ist ein super cooler Spieler, weil er auch wieder so eine Allrounder-Fähigkeit irgendwie besitzt. Er ist eher defensiverer Spieler, also nicht so derjenige, der Dribbel extrem stark ist und dafür halt eben eher an der Defensive sehr stark ist und halt eben dadurch auch eine ganz gute Athletik, also eine ganz gute körperliche Attribute besitzt. ZDM ist aber auch eine Position, wo wir uns durchaus verstärken können, sodass wir dann beispielsweise so einen Spieler wie Gruev, wenn wir ihn jetzt mal einsetzen lassen oder sowas, vielleicht im zentralen Mittelfeld spielen lassen und nicht im zentralen defensiven Mittelfeld spielen lassen, weil das dann doch Spieler sind, die dann auch dribbelstärker sind oder sowas. Also wäre auch eine ganz coole Verpflichtung. Almada sollte, glaube ich, vielen FIFA-Spielern ein Begriff sein. Almada ist ja jemand, den kennt man auch schon so. Ich glaube, in FIFA 20 war das auch ein Talent. 19 Jahre jung ist er ja zumindest halt eben noch. Wäre jemand, der, ja ich sag mal, ein bisschen bekannter natürlich ist. Aber Leute, der ist 19 Jahre jung, wie gesagt. Der hat supergeile Werte jetzt schon. Und der spielt sich wirklich fantastisch, wie ich finde. Ich weiß halt nur nicht, wie teuer der wohl ist. Dann außerdem, auf der rechten Verteidigerposition, habe ich euch vorhin schon gezeigt gehabt, haben wir ja eigentlich nur Gebre Selassie momentan hinsitzen. Das ist nie wunderbar. Das ist ehrlich gesagt ganz schön schlecht. Gebre Selassie ist 33 Jahre alt auch schon mittlerweile. Der ist auch schon ein bisschen verletzungsanfälliger. Und außerdem hat der auch nicht mehr so die Fitness, die er auch mal damals in seinen jungen Jahren hatte. Also müssen wir schauen, dass wir dort auch einen Spieler holen, den wir auch mal gut mit Gebre Selassie im Wechsel spielen lassen können. Und das könnten dann ja auch Spieler sein, die wir einfach ausleihen, habe ich mir gedacht. Ich habe hier einen Jeremy Frimpong beispielsweise. Ist ja auch, glaube ich, ein Spieler, den viele von euch kennen sollten. Ein rechter Verteidiger, ziemlich junger. Ich glaube, der kratzt ihn wie so an der 70-Stärke-Marke oder sowas. Wie gesagt, können wir uns ausleihen. Können wir dann als Auswechselspieler für Gebre Selassie einsetzen und so. Ist ja auch kein schlechter Spieler. Workrate auch hoch im Angriff. Das heißt, es wird jemand sein, der viele Flanken schlägt. Nicht Schlanken pflegt, sondern Flanken schlägt. Passt doch, glaube ich, auch ganz gut mit rein. Genauso wie Dodo. Auch jemand, der Workrate high hat. Was ganz gut passt für unser Flankenflügelspiel, das wir halt eben durchsetzen möchten. Ja, das sind die Spieler, die wir hier haben. Und wie gesagt, ich habe jetzt jedem hier einen Scouting-Auftrag gegeben. Oder unseren Scouts die Scouting-Aufträge gegeben. Dass wir halt eben dann einfach gucken können, nach so ein paar Tagen, wie die Spieler dann so, ja, einfach overall halt aussehen. Weil wir wissen noch sehr, sehr wenig über die gesamten Spieler. Trainingstag. Übrigens, das ganze blöde Flackern am Hintergrund. Ich weiß immer noch nicht, wie ich das wegbekomme. Wenn jemand das weiß, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Es ist manchmal echt ein Störf. Hier jetzt schon wieder extrem rumgeflackert. Immer wenn hier irgendwas Neues kommt mit irgendwelchen News. Seht ihr das? Ich switche hier zum Beispiel so rüber, dann kommt hier irgendwie eine Animation, dann flackert das im Hintergrund. Das ist halt echt blöd. Also, wenn jemand darüber Bescheid weiß, dann bitte gerne damit in die Kommentare. Trainingstag. Da bin ich auch sehr interessiert. Aber ich möchte das gerne simulieren, weil ich glaube, ich möchte nicht selber Training machen. Das kennen wir ja schon. Wird beendet. Okay. Ich weiß es nicht. Veränderungen sehen wir da anscheinend. Also nicht, wenn ich das gerade richtig sehe. Nö, da können wir einfach direkt schon so weitermachen. Okay. Interessant. Ich dachte, man sieht jetzt ein bisschen mehr. Hallo, Sein. Roma FC. Ach, Roma FC. Ist das jetzt irgendwie AS Rom oder wie verstehe ich das? Ja, Spieler verkaufen, Ausleihen kennen wir ja schon. Da brauche ich jetzt gar nicht groß drüber gehen. Ich weiß gar nicht, ob es andere Vereine auch gibt, die wie Piemonte Calcio, also wie Juventus Turin, die jetzt vielleicht nicht mehr hier die richtigen Teamnamen oder sowas haben und Team Wappen. Das weiß ich jetzt nicht zu 100%. Könnte sein, dass Roma einer davon ist und ich habe das einfach noch nicht mitgekriegt. Und 33,2 Millionen Euro für Milot Rashica ist natürlich wunderbar und da könnte ich echt mal wieder rumsabbern wie ein Irrer. Aber ich kann so jemanden wie Milot Rashica nicht gehen lassen. Auch in der FIFA 20 Karriere war das jemand, der bei uns absolut mitgecarryt hat. Also das kann ich leider nicht tun. Sieben Stück hier. Was ist denn hier los, bitte? Ich bin froh, dass sie mich auf die Transferliste gesetzt haben. Ich wollte hier eigentlich gar nicht spielen. Also, boah, ich wollte hier gar nicht spielen. Okay, dann sage ich einfach nur, super, wir sind uns einig. Genauso wie bei dir, wir sind uns einig. Möhwald freut sich halt eben auch. Dann sind wir uns ja wirklich einig. Danke, Boss. Ich glaube, eine Laie wird mir und meinem Spiel gut tun. Das glaube ich auch, Woltemar. Da habe ich vorhin ja schon erklärt gehabt. Dann sind wir uns ja auch einig hier an der Stelle. Ich glaube, eine Laie wird mir gut tun. Ja, dir glaube ich das auf jeden Fall auch. Ich habe mich hier nicht richtig wohl gefühlt. Daher bin ich froh, dass ich ausgeliehen werden soll. Das finde ich ja auch ganz süß eigentlich. Aber ich sage ihm jetzt einfach mal, eine Laie kann deiner Karriere absolut weiter verhelfen. Und wir sehen es jetzt hier auch nochmal. Oh, wie cool ist das denn? Niklas Moisander, der Kapitän des Teams, kommt auf mich zu und sagt, Hallo Boss, im Namen des gesamten Teams möchte ich Sie herzlich bei SV Werder Bremen begrüßen. Das finde ich doch sehr süß. Vor uns liegt viel Arbeit. Schön, dich kennenzulernen. Ich freue mich auf die Zukunft. Ich sage, schön, dich kennenzulernen. Damit wird er auch sehr glücklich. Schön, bei euch zu sein, Niklas. Bestell deinen Kollegen beste Grüße. Das ist doch ein wunderbarer Beginn hier einer wunderbaren Karriere. Interessant. Jetzt habe ich auf eins dieser Testspiele draufgeklickt. Wir müssen ja gegen Sheffield United halt eben rangehen. Die übrigens Brewster haben, den wir in der Transferzentrale drin sitzen haben. Simulieren oder Schnellsimulation? Und jetzt geht das halt eben so. Ah, ich verstehe. Das haben sie auch cool gemacht. Jetzt kann man auch, selbst wenn man simulieren möchte, vorher noch schnell ins Teammanagement reingehen und sowas. Das finde ich cool. Aber ich mache mal simulieren. Ich glaube, das würde für mich bedeuten, dass wir jetzt auch so die Minuten nachvollziehen können. Oh, wie sieht denn das aus? Hier, guck mal. Jetzt sehen wir nochmal die Teams so gegenübergestellt. Ach, ne, wie geil. Wir können wechseln. Warte mal, Bank. Teammanagement. Höh, höh, was? Halt! Das wollte ich gar nicht. Jetzt bin ich im Spiel drin oder was? Was geht denn jetzt ab? Ja, man, Eggestein. Boah, ne. Kann ich das auch wieder weiter simulieren hier bitte? Rest simulieren, ja bitte. Was war das denn jetzt bitte? Ach, mit, mit, ähm, FIAC in meinem Fall, weil ich spiele ja nicht mit dem Xbox-Controller. Hä, das ist ja richtig cool gemacht. Jetzt ist Simulation ja wunderbar sogar tatsächlich gemacht. Guck mal, wie viel Ballbesitz wir auch hier gerade haben. Aber kann ich das irgendwie auch beschleunigen? Eingreifen, Teammanagement, Strategie ändern, ausgeglichen offensiv. Ich glaube, das hätte ich vorher machen müssen, weil jetzt sitzt hier, glaube ich, erstmal fest. Äh, ich muss mir das jetzt, glaube ich, hier komplett anschauen. Oder? Eingreifen, zum Ergebnis springen. Wir machen es mal so. Jetzt verlieren wir sogar noch 1-0 oder was? Ballbesitz, Alter, guck dir mal die Statistiken an. Ballbesitzquote sind wir bei 70%. Das ist schon Bayern München-Ausmaße jetzt hier. Wir haben trotzdem vier Schüsse zu zwei und, oh Gott, im Himmel. Oh, ei, 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 Karamba. Jetzt hier direkt nochmal in der, bei allerersten Testspiel erstmal mit 1-0 Niederlage reingestartet. Aber das muss ich sagen, finde ich sehr, sehr viel cooler. Das heißt, wenn ich irgendwann mal in die Situation reinkomme, wo ich für euch dann simulieren muss, werde ich das, glaube ich, machen und das einfach so runterkommentieren oder so. Glaube ich, hätte ich jetzt gesagt. Das finde ich extrem cool gemacht. Wir sehen es jetzt hier nochmal. Scouting-Abschlussbericht jetzt schon direkt für Skiri, aber da möchte ich jetzt noch nicht reingehen. Das gucken wir uns gleich an. Äh, Basak-Shihir möchte sich Kapino ausleihen. Das kann ich aber nicht machen. Ich würde das einfach mal, ich kann das nicht mal annehmen vor allen Dingen auch. Das finde ich auch total geil. Ich kann, ich kann nur ablehnen oder was? Okay, dann leie ich es halt ab. Interessant. Ich darf anscheinend nicht annehmen, aber dann ist das halt eben so. Ne, aber cool gemacht, cool gemacht. Da sind sehr, sehr viele coole Features, wie ich finde, die Karriere-Modus sehr, sehr viel besser machen. Interesse an Dodo wird jetzt auch nochmal gezeigt von einem anderen Verein. Shakhtar Donalds hat ein Angebot von 7,5 Millionen Euro abgesetzt. Ich will ihn ja auch leihen. Das macht es also nicht sonderlich besser für mich. Und ich sollte vielleicht auch hier so ein bisschen in die Entwicklung reingehen. Und meine Spieler so ein bisschen entwickeln. Äh, wie beispielsweise... Ach komm, ich mach das jetzt eben fertig. Ich schneide das eben ganz kurz für euch. Und dann sehen wir jetzt gleich, welche Spieler ich jetzt hier ins Training reingeworfen habe. Ach nein, mir fällt gerade auf. Es gibt ja jetzt nicht mehr sowas wie Trainingsplan, wie wir das in FIFA 2019 und so weiter halt eben taten. Stimmt. Gut, in der ersten Episode habe ich das alles laut vorgelesen. Ich habe das jetzt schon wieder alles vergessen. Daran seht ihr schon. Der Blitz-Alzheimer steckt wieder bei mir zu. Wir können das ja jetzt nur noch so machen, dass wir jetzt hier sagen, ähm, einen Entwicklungsplan halt eben erstellen. Wie beispielsweise jetzt hier bei Chong. Wo wir jetzt mal einfach gucken können, was wir bei Chong zum Beispiel reinsetzen. So Flügel-Mittelfeldspieler fände ich zum Beispiel auch ganz cool. Aushelfender Mittelfeldspieler nicht so ganz, weil Verteidigung ist bei ihm natürlich nicht so geil. Aber passend Dribbling, Fysis, Tempo und so weiter wäre schon ganz nice. Also, ne, wir können das jetzt noch so einstellen. Und dann verbessern die sich halt eben so dahingehend einfach. Und ansonsten müssen wir diese, ich kann euch das ja hier nochmal zeigen, Wochenterminplan ist es, glaube ich. Können wir, glaube ich, nur diese, genau hier diese Trainings-Days irgendwie dafür nehmen, glaube ich. Und anders funktioniert das, glaube ich, nicht, wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn ich das doch falsch verstanden habe, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich möchte ja auch lernen, wie ich das hier am besten machen kann für euch. Ja, Molenko habe ich gerade bei West Ham gesehen. Wir haben ein 2 zu 2 gespielt gegen West Ham United. Ich glaube, da können wir uns echt groß auf die Schulter klopfen. Das ist echt nicht schlecht. Gegen West Ham United spielen wir ein 2 zu 2. Aber gegen Sheffield United wird es dann halt eben eine 1 zu 0 Niederlage sein. Auch nicht schlecht. Ja, aber cool. Ne, dann, wie gesagt, muss ich erstmal noch besser mit reinkommen. Sehe ich das gerade richtig? Olympique Marseille möchte sich Yuya Osako holen für 6 Millionen Euro, wenn ich es gerade richtig gelesen habe. Komm, da verhandeln wir jetzt mal ein bisschen. Für den kriegen wir noch ein bisschen mehr Geld raus. Selbst wenn es nur in Anführungszeichen 7 Millionen Euro ist. Das bin nicht ich. Warte mal, das... Was ist denn hier los? Das bin doch nicht ich. Hallo? Das ist nicht der Trainer. Wie sehe ich denn aus? Und warum sehe ich so aus wie der Vertreter von Marseille? Ähm. Das sind nicht wir. Was ist hier los? Wir wurden ausgetauscht. So schnell ist das gekommen, dass wir entlassen wurden. Aber das Spiel lässt uns davon noch nichts wissen. So, ich möchte jetzt hier ein neues Transfer... Ähm. Ja, hier ein neues Transfer. Neue Transfersumme hier vorschlagen. Wollen wir mal 7,2 Millionen Euro. Mal gucken, was er dazu sagt. Der will echt bei 6 Millionen Euro bleiben. Weiterverkaufsgebühr. Ja, den verkauft ihr nicht mehr weiter. Der ist 30 Jahre alt. Komm, wir machen mal 7 Millionen als nächstes. Wir nähern uns mal so langsam. 7 Millionen Euro? Yes! Wir sind bereit, 7 Millionen Euro anzubieten. Nice. Für jemanden, der schon so relativ alt ist und kaum Leistung irgendwie zeigt, für den nochmal 7 Millionen Euro zu bekommen, finde ich saustark. Haben wir jetzt auch nochmal ein bisschen mehr Puffer, um uns die Spieler, die ich mir unbedingt holen möchte, zu verpflichten. Geil. Das hat sich schon extrem gelohnt, wie ich finde. Aber warum sehen wir so anders aus? So, GroF möchte verliehen werden. Also, das möchte ich. Das nehmen wir auch absolut an. Mir ist es egal, wohin er wechselt. Hauptsache, sie setzen ihn zwischendurch mal ein, damit er sich ein bisschen, ja, weiterentwickeln kann. Jetzt heißt es, gegen Newcastle United auch eine wunderbare Performance zu zeigen. Oh Gott, unser Team fällt gleich auseinander. Warte mal, was ist denn anpassen eigentlich? Ähm, äh, Seitenwahl? Spieleinstellungen und so weiter? Ne, da möchte ich aber noch nicht rein. Okay. Ja, in das Menü und so weiter, in das Menü-Schema muss ich auch mal irgendwie besser reinkommen. Ja, ne, ich wechsel euch einfach mal durch. Ne, du lässt jetzt einfach mal so ein Selke hier spielen. Da kommt mal ein Chong rein. Ich weiß nicht, lassen Möwald da halt mal spielen. Erras, der mal dann doch eher bitte auf M-Bombs-Position gespielt. Einfach nur, damit meine Spieler hier nicht gleich umfallen. Und nicht, dass die jetzt hier gleich alle down gehen oder so. Habe ich natürlich ein bisschen Panik, wenn ihr mich fragt. Wir haben ja wirklich kaum einen ZM-Spieler, wa? Agu kommt mal rein. Vekovic kommt mal rein. Ein Friedel kommt jetzt mal rein. Gebristelassi können wir kaum wechseln. Nicht nur einfach mal Schmied. Und Carpino lassen wir auch mal spielen. Wir probieren es jetzt mal so. Ich glaube, damit kriege ich wahrscheinlich Hardcore aufs Maul. Weil ihr guckt euch mal das Team von denen an. Joelinton vorne mit dabei. Saint-Maximon. Ach, du meine Güte. Ja, dann ist das halt eben so. Dann kriegen wir halt jetzt... Oh, 3 zu 0. Ja, ich habe auch mit nichts anderem gerechnet. Wenn du mit so einer Mannschaft halt eben antrittst gegen Newcastle, dann brauchst du auch nicht ausgehen davon, dass es halt eben gut was wird. So, das heißt, wir sind jetzt aus dem Turnier schon mal rausgekickt worden. Wir kriegen aber Geld dafür, um genau zu sein. 1,3 Millionen Euro, die ich in Danken an mich nehme. So, dass wir jetzt noch viel mehr Freiraum haben im Transferbudget. Ich würde sagen, was ist das denn jetzt hier? Frankfurt verpflichtet Lee Jae Sung für 4,7 Millionen Euro. Und anscheinend wollen sie ihn nicht zeigen. Das ist noch ein Geheimnis, wie der aussieht, der Spieler. Den kennt nur keiner. So, jetzt kommen die ganzen Scouting-Abschlussberichte. Genau. Da gucken wir jetzt auch gleich mal rein. So, dass wir uns dann auch endlich mal ein paar Spieler hier verpflichten können. Hier mache ich mal eine Schnellsimulation, um unsere Spieler mal einfach hier ein bisschen besser weiter trainieren zu können. Und so, wir kennen das ja schon. Kann man das auch so machen, dass hier immer Schnellsimulationen kommt? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Wir schauen uns das irgendwann auch mal an, wie das mit dem Training so aussieht. Und jetzt so langsam sollten, glaube ich, alle Abschlussberichte reinkommen. Jean-Petro haben wir hier schon. Groeffet wird ausgeliehen. Sehr schön. Transferangebot für Pavlenka. Fast 30 Millionen Euro zu Bournemouth. Aber das können wir absolut nicht tun. Weil ich bleibe dabei, Pavlenka, die Krake. Einer der besten Keeper der gesamten Bundesliga. Genau, hier die ganzen Abschlussberichte und so weiter. Wunderbar. Osako wurde auch verkauft. Wir kriegen 5 Millionen Euro aus dem Deal. Nimm mich so mit. 5 Millionen Euro haben oder nicht haben. Ganz ehrlich. Und dann auch noch für Yuya Osako. Wir sehen es. Leverkusen akzeptiert 35 Millionen Euro für Karim Belarabi. Alter, Karim Belarabi wechselt für 35 Millionen Euro zu Chelsea. Alter, Martial. 77 Millionen Euro zu Inter Mailand. De Vrij zu Real Madrid für 57 Millionen Euro. Alter, Walker bei Bayern München. Ja, das müssen wir uns auch nochmal alles anschauen dann. Leerangebot für Sargent mit Kaufoption. Es gibt jetzt eine Kaufoption in FIFA. Ich werde nicht mehr. Der Klub wünscht sich eine Kaufoption. Du kannst versuchen, das rauszuverhandeln. Ja, das würde ich liebend gerne tun. Wir verhandeln mal. Zu Eintracht Frankfurt auch noch. Da können wir doch nicht mit einer Kaufoption reingehen. Das sind immer noch nicht wir. Irgendwas stimmt hier noch nicht so ganz. Auch was die Lichtverhältnisse angeht. Vielleicht muss ich so ein bisschen was an den Einstellungen schrauben. Oder mal gucken, dass ich die neuesten Treiber oder so installiere. So, Laie ohne Kaufoption bitte anbieten. Macht das einfach. Das ist aus unserer Sicht okay. Blablabla. Unserer Meinung nach wäre eine Laie von einem Jahr ideal für Sargent. Das nehmen wir auch absolut so an. Genau, sehr schön. Ach, sogar die Gehaltseinteilung kann man hier sogar besprechen. Was ist das denn? Das kommt man auch, glaube ich, verhandeln. Das kommt man auch, glaube ich, in FIFA 20 verhandeln. 60% wollen die übernehmen. Wir machen 40%. Das kann ich, glaube ich, auch so annehmen. Doch, doch. Das kann ich so annehmen. Das finde ich sogar sehr gerecht. Laie mit Kaufoption bei Schmied. Wir haben kaum ZDM bei uns rumfliegen. Das kann ich, glaube ich, nicht annehmen. Schon rein aus Finanz... Äh, nicht aus Finanz, aus Management-technischer Sicht kann ich das, glaube ich, hier nicht annehmen. So, ein Line-Angebot für Sargent kommt auch nochmal rein von Crystal Palace. Aber hier haben wir auch tatsächlich keine Kaufoption mit da rein. Und Josh Sargent und sein Berater verhandelt auch momentan mit Eintracht Frankfurt. Aber ich glaube, deswegen lehne ich das auch einfach mal ab. Weil ich glaube, so ein Josh Sargent möchte auch eher in der Bundesliga mitbleiben. Kann ich mir zumindest vorstellen bei ihm. Von daher machen wir das auch einfach mal lieber so. So, dann gehen wir hier nochmal in die Simulation mit rein. Und jetzt gehe ich auch mal rein in die Transfers. Um genau zu sein, in die Transferzentrale. Und jetzt gucken wir einfach mal uns hier so ein bisschen durch. So ein Ryan Brewster sitzt tatsächlich nur auf einer Stärke von 70. Das erschreckt mich gerade sogar tatsächlich. Weil ich kann mich daran erinnern, dem Football-Manager, dass er ein absolutes Monster war. Aber umso besser für uns. Weil dann kann ich ihn sogar vielleicht für relativ gutes Geld hier verpflichten. Man sieht es ja auch schon. Uns wird hier gesagt, 3,7 Millionen bis 5,4 Millionen Euro müssen wir machen. Wenn man mit dem Transfer über die Bühne geht. Das ist absolut nice. Was haben wir bei ihm hier? 19 Millionen Euro bis 26 Millionen Euro. Ich weiß nicht, ob das was wird. Hat aber auch eine Stärke von 79, was sehr krass ist. Und dann haben wir noch Chlocek. Den müssen wir bei 11 Millionen Euro bis 16 Millionen Euro halt eben setzen. Ich muss ehrlich gesagt zugeben, von den ganzen... Also Joao Pedro wird glaube ich ein bisschen arg zu teuer, wenn ihr mich fragt. Ich glaube, das wird nichts bei ihm. Aber wenn ich entscheiden muss zwischen Ryan Brewster und Chlocek, werde ich erstmal versuchen, so einen Chlocek hier zu verpflichten. Also mache ich mal einen Kaufvorschlag hier. Und wir schauen einfach mal, ob wir ihn für relativ wenig Geld verpflichten können. Macht doch mal das Licht an da, Leute. Ich möchte auch bei den Transferverhandlungen jetzt hier nicht irgendwie die Dunkelheit ins Gesicht schauen. Auch wenn ich anders aussehe. Was ist das hier für eine Stimmung? So, Transfersumme anbieten. Er hat momentan einen aktuellen Wert von 9,5 Millionen Euro. Von daher setze ich mal 10 Millionen Euro erstmal an. Mal gucken, was er dazu sagt. Angebot absenden. Oh! Das ist richtig nah dran an deren Vorstellung. Das gefällt mir sehr gut. Dann mache ich mal Weiterverkaufsgebühr raus. Und nehme das Angebot mal so an. 10,4 Millionen Euro. Was hältst du davon? Okay, okay, warte mal. Nein, 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 nein. Dann machen wir das mal ein bisschen anders hier bitte. 12,1 Millionen Euro ist mir dann doch ein bisschen zu brutal. Dann machen wir mal 10 Millionen Euro. Und weil du unbedingt eine Weiterverkaufsgebühr haben möchtest, machen wir mal eine Weiterverkaufsgebühr von 7%. Damit musst du doch bestimmt einverstanden sein. Yes! Vorschlag angenommen. Chlocek. Wie war das nochmal? 19 Jahre jung, der Spieler. 74 Stärke hat er jetzt schon. Das ist doch mal ein Spieler, den wir auf jeden Fall haben können. Vor allem, weil es auch die Stürmerposition hier abdecken wird und so. Richtig, richtig geil. Dann würde ich sogar sagen, kommen wir jetzt auch schon direkt in die Verhandlungen mit rein. Wenn wir den bei uns haben, das passt auch so ein bisschen in die Transferpolitik. Weil der Bremen-Vorstand möchte ja auch, dass wir junge Spieler halt eben entwickeln können. Immer noch sehr blöd, wie wir aussehen. Das sind nicht wir! Ich fühle mich verarscht. Wo ist der Mafia-Boss hin? So, er verdient momentan 2400 Euro, was ein absoluter Hungerslohn ist für Fußballer seines Kalibers eigentlich. Ich glaube, ich mach mal... Ich will nicht übertreiben, aber ich mach mal... Rotation? Ich hab Angst, dass er damit überhaupt nicht einverstanden ist. Er möchte schon gerne wichtiger Spieler sein. Kann ich auch verstehen. Aber gut, damit bin ich auch einverstanden. Weil wir werden ihn auf jeden Fall oft einsetzen können. So, Vertragslaufzeit. Er ist noch ein sehr junger Spieler. Er hat noch eine große Zukunft. Er ist sogar 17, nicht 19. Das habe ich falsch gesehen. Von daher mach ich erst mal 4 Jahre. Weil ich glaube, damit sollte er groß einverstanden sein. Jawohl. Das heißt, er wird lange bei uns bleiben. Freigabesumme machen wir natürlich nicht. Sehr schön. Damit sind sie auch einverstanden. Das ist hier gerade ein Traumtransfer, wollte ich mal ganz kurz anmerken, Leute. Gehalt. Er verdient momentan 2000 Euro. Äh, warte mal. Nicht eine Million. Eine Million die Woche ist dann vielleicht auch ein bisschen zu extrem. Wir machen mal 5000 für ihn. Und Einstiegsbonus ist mal... Wir wollen nicht übertreiben. Aber Einstiegsbonus ist mal erstmal 30.000 Euro. Mal gucken, was die dazu sagen. Jawohl. Richtig geil. Er verdient das Doppelte von dem, was er jetzt momentan verdient. Hat er auch absolut verdient. Weil bei uns in der Mannschaft wird er zu einem absoluten Staple, wie ich finde. Also umso geiler. Wir haben ihn verpflichtet. Geil. Die allererste Verpflichtung. Das macht mich gerade richtig glücklich, so jemanden wie ihn hier geschnappt zu haben. Geil. Ryan Brewster brauchen wir, glaube ich, dann nicht mehr verpflichten. Und auch wenn ich, wie gesagt, ganz groß von diesem Spieler sprechen kann, dass das ein wunderbarer Spieler ist. Aber dann wird das halt eben nichts mehr mit ihm. Genauso wie João Pedro halt eben auch nichts mehr. Gravenberg, Skiri und Almada. Weil Gravenberg, glaube ich, jemand ist, den nicht jeder auf dem Zettel hat. Ich gucke mal ganz kurz. 5, Alter, der ist ja auch übertrieben günstig eigentlich. Und wie gesagt, den hat, glaube ich, kaum einer auf dem Zettel halt eben drauf. Von daher, ich mache mal einen Kauf. Aktive Freigabe-Summe. Nein, wir gehen mal in die Vereinsverhandlungen. Weil wir müssen hier, glaube ich, mal jeden Penny umdrehen, wo wir es halt eben nur können. Schauen wir mal. Also, Transfersumme anbieten. Der hat einen Wert von 4 Millionen Euro. Also gehe ich mal in 5 Millionen Euro Range. Wir machen, nee, wir machen mal 4, wir gehen mal auf 4,5 Millionen Euro. Machen mal eine Weiterverkaufsgebühr von 8% mit rein. Das finden die doch immer sehr geil, wenn man so eine Weiterverkaufsgebühr drin hat. Oh, jawohl. Das nehmen wir an. Da sage ich absolut nicht nein. Für seinen Wert eine Weiterverkaufsgebühr. Das nehme ich tatsächlich so an, wie es halt eben nur geht. Geil. Berg ist jetzt also auch schon mal bei uns. Zumindest, wenn wir mit diesen Vertragsverhandlungen jetzt nicht komplett reinscheißen. Der ist auch 18 Jahre jung. Das dürft ihr nicht vergessen. Diese FIFA 21 Karriere wird auch nicht so eine eine Saisonsache sein. Sondern wir werden gut und gerne auch mal hier in die drei Saisons reinrutschen. Geil. So, Teamrolle beginnen wir jetzt einfach mal. Er wird auf jeden Fall oft spielen. Weil wir brauchen ein ZM, einen starken seines Kalibers auf jeden Fall. Genau, mit wichtig ist er auch sehr einverstanden mit. Vertragslaufzeit. Er ist 18 Jahre jung. Wir kennen das ganze Spielchen. 4 Jahre. Damit ist er auch einverstanden. Freigabesumme wollen wir mal bitte nicht machen. Und das wünscht er sich auch nicht. Das läuft hier gerade viel zu gut. Ich glaube, Saisonsstart bekommen wir erstmal eine 5-0 Klatsche rein oder so. Weil das hier mit dem Transfer schon viel zu gut funktioniert. Jawohl, das akzeptiere ich natürlich. Aber wo kommen wir denn da hin? Gehaltstechnisch. Das sieht auch wunderbar aus. Also das mit den Einsätzen müssen wir einfach mal rauslöschen. Aber ansonsten sieht das wunderbar aus. Das würde ich so annehmen direkt. Na, da will er natürlich ein bisschen mehr verdienen. Weißt du, reißt du ihm den Finger und der reißt dir halt eben den ganzen Arm vom Körper. Komm. Wir gehen mal ein bisschen runter. Wir müssen, wie gesagt, jeden Penny müssen wir hier umdrehen. 4,6.000. Komm. Damit bist du doch bestimmt einverstanden, oder? Ne, die beharren da drauf. Aber Einstiegsbonus hat sich verändert. Ja, dann nehmen wir das so. Komm, bevor es jetzt am Ende irgendwie heißt, so hey, das führt dir zu nix und so. Mein Geduldsfaden reißt. Nehmen wir das jetzt einfach mal so an. Und dann gehen wir so halt eben rein mit unseren neuen Spielern. Ist das geil oder ist das geil, Leute? Holy shit. Wir haben sogar noch ein bisschen Geld übrig. Also so ein bisschen. Ist nicht allzu viel, aber ein bisschen ist immerhin auch nicht schlecht. Jetzt können wir noch entscheiden, ob wir vielleicht so einen Frimpong sogar noch verpflichten. Oder einen Dodo sogar noch verpflichten. Wobei, was haben wir denn? 4 Millionen Euro oder sowas, ne? Dann würde ich sagen, simuliere ich ein bisschen weiter nach vorne, sodass wir vielleicht noch einen Spieler verkaufen können, um ein bisschen Transferbudget noch zu bekommen. Zum Beispiel Transferangebot für Eggestein, den ich aber nicht ziehen lassen möchte. Ich wäre sehr dumm, jetzt halt den Mittelfeldspieler ziehen zu lassen, weil ich brauche meine Mittelfeldspieler. Also auch so einen Eggestein werde ich ablehnen. Der wird auch für kein Geld der Welt, außer jetzt kommt jemand mit 100 Millionen Euro an oder sowas, wird der nicht wechseln. So, Schnellsimulation auch nochmal reingegangen. Geil. Finde ich richtig, richtig nice, wie gut das hier funktioniert. Warte mal, wir gucken uns mal die Spieler jetzt hier auch mal eben ganz kurz an. Also, wir haben hier immer einen Hlocheck. Wie gesagt, wenn ihr immer noch wisst, wie man diesen Spieler ausspricht, bitte in die Kommentare. Ich fühle mich hier gerade wie der letzte Fokko, der keine Ahnung hat, wie man ihn hier ausspricht. Guckt euch seine Werte an. Er ist schnell, er ist schussstark, Dribbling ist er wahnsinnig gut und Physis ist er auch krass. Das ist ein ultra geiler Spieler. Der ist 17 Jahre jung, vergesst das nicht. Guckt euch mal seine mentale und Physis-Attribute hier an. Geiler Spieler. Boah, was freue ich mich auf ihn. Jetzt kriege ich richtige Herzpochern hier gerade, als wäre ich verliebt in ihn. Boah, mega nice. Und dann noch ein Gravenberg, wie gesagt. Der halt in dem Mittelfeld ein absoluter Allrounder, glaube ich, sein könnte. Wobei, Dribbling stark ist er ja. Tempo hat er eben auch, der Junge. Ach, das wird auch ein wunderbarer Spieler. Schießen kann er ja anscheinend auch. Geil. Richtig schöne Vorschläge auch von euch hier gewesen. Also, wie gesagt, nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch, diese Spieler hier vorgeschlagen zu haben. So, Sargent wird auch nochmal ausgeliehen. Sehen wir unten auch nochmal. Richtig, richtig nice. Und da freue ich mich umso mehr, in diese Karriere hier reinzusteigen. Ihr dürft natürlich auch nicht vergessen, das will ich auch nochmal im Vorne rein sagen, wir kämpfen natürlich jetzt hier um so einen Mittelfeldplatz. Und so werde ich das Ganze auch spielen. Erwartet jetzt nicht, dass ich jedes Spiel gewinnen werde, oder dass es vielleicht wie in der FIFA 20 Karriere jetzt direkt in die Europa League oder sowas reingeht, sondern hier rechne ich eher halt eben damit, dass wir das halt eher schaffen, Mittelfeld reinzukommen. Das heißt, es wird hier gut und gerne auch mal passieren, dass ich mal 3-0 verliere. Dass ich öfter halt eben verliere, wie vielleicht in der letzten Karriere, die ich halt eben gemacht habe. Das ist für mich ganz wichtig. Umso näher das Ganze jetzt hier rangeht an den Realismus, umso mehr Spaß habe ich und hoffentlich ihr auch. So, du hast Deutschland abgegrast. Ja gut, ich weiß jetzt halt eben nicht, ob ich dich unbedingt für was anderes einsetzen möchte, weil euch nutze ich halt eben kaum. Sargent wird ausgeliehen zu Frankfurt tatsächlich. Sehr, sehr cool. Also mal gucken, wie er sich da entwickeln wird. Augustinshorn können wir auch nicht verkaufen. Außenverteidiger ist immer noch so eine Sollbruchstelle bei uns im Verein. Da kann ich halt eben nicht so viel reinsetzen. Das wird nicht so gut funktionieren. Das können wir nicht machen. Jetzt möchte ich einfach nur simulieren, damit wir ein bisschen Geld bekommen, sodass ich dann vielleicht auch mal einen Rechtsverteidiger kaufen kann. Oh, ich sehe hier schon ein Transferangebot für Rashica schon wieder reinfliegen. Das können wir aber nicht machen, Leute. Bring doch mal was für die Spieler, die ich hier auf der Transferliste habe. Wie zum Beispiel so ein Schönfeld. Guck mal, eine Million kriegen wir für den. Das nehme ich an. Schönfeld hat bei uns keine Zukunft. Und nochmal eine Million für den rauszubekommen, wäre doch super geil. Hier sehen wir es nochmal. Milot Rashica. Manchester United möchte ihn haben für 31 Millionen Euro. Aber das kann ich nicht machen. Ich kann den Milot nicht ziehen lassen, Leute. Das funktioniert nicht. Und ich glaube, ihr versteht auch, wieso das nicht funktioniert. Ich hoffe zumindest. So, Bissigkeit steigen wir auch nochmal so ein bisschen damit. Wunderbar. Monatsbericht Jugendmannschaft. Stimmt, wir haben ja noch richtig gute Jugendspieler bei uns stehen. Um die habe ich mich ja gar nicht mehr gekümmert. Konstantin Weiß beispielsweise. Ich glaube, dieser Notch war das, der so richtig krass wird. Genau, Notch. Den müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. Jemand, der bei uns auch in den zentralen Mittelfeld uns weiterhelfen kann. Genauso wie der Saeed Ali. In den kann ich mich auch noch ganz gut erinnern. Germain sieht aber auch nicht schlecht aus. Geil, da haben wir ja auch nochmal richtig geile Spieler, die auf uns zukommen. Dürfen wir ja auch nicht aus dem Blick verlieren. Ich glaube, ihr da draußen, die Zuschauer, habt sowieso nicht aus dem Blick verloren. Ich bin es mal wieder alleine nur, der die Spieler schon fast vergessen hat jetzt hier. Ja, ich gucke jetzt einfach mal. Transfer, was haben wir hier im Büro? Ja, 3 Millionen Euro ist halt nicht allzu viel. Aber ich kann ja mal so ein bisschen das Gehaltsbudget umrangieren. Budget. Schauen wir mal, dass wir uns halt ein bisschen mehr Transferbudget ranholen. Warte mal, da kann ich sogar, glaube ich, hier so auf diese Range rangehen. Guck mal, wie viel Geld wir wieder haben. Weil jetzt können wir uns noch einen Rechtsverteiger sogar kaufen. Dodo oder Frimpong? Frimpong ist natürlich ein jüngerer Spieler. Ich gucke mal, ob wir uns einen Frimpong hier holen können. Was hat uns hier der Vorstand gesagt? 5,6 Millionen Euro bis 8,4 Millionen Euro. Wenn wir uns den verpflichten können, brauchen wir uns den nicht mal leihen, sondern haben ihn sogar für die Zukunft nehmen, Gebrisselassi. Was sehr, sehr cool ist natürlich. Transfersumme anbieten. Wir machen mal 5 Millionen Euro erstmal für ihn. Wir bewegen uns mal langsam. Wir tasten uns mal so ein bisschen ran. 7,2 Millionen Euro. Das ist ein bisschen viel. Das ist ein bisschen viel. Können wir uns leisten, aber das ist ein bisschen viel. Machen wir mal 6 Millionen Euro. Und weil sie es ja, wie gesagt, immer so sehr gerne hören, machen wir mal hier mal wieder 8 Prozent weiter Verkaufsgebühr. Bist du damit einverstanden? Ohohoho. Und du schießt hoch mit der Transfersumme. Ähm. Ne, damit bin ich aber nicht einverstanden. Machen wir mal 7 Millionen Euro. Bist du damit einverstanden? 19 Jahre jung, 71 Stärke. Das wird ein geiler Spieler. Alter, warum bist du auf einmal so hoch hier? Vorhin warst du doch auch bei 7 Millionen Euro. Warum habe ich das nie angenommen? Warum habe ich das nie angenommen? Ach, weiter Verkaufsgebühr will er jetzt gar nicht mehr haben. Dann machen wir mal 7,5 Millionen Euro. Ich will ihn schon gerne haben, Leute. Warst du, warst du doch auch bei 7 Millionen. Sei doch jetzt nicht so einer. Komm. Sei doch kein Dickschädel, bitte. 7,7 Millionen Euro. Ist eine schöne Zahl. Bitte. Alter, was bist du eigentlich für einer. Ne, da kämpfe ich. Da kämpfe ich drum. Weil du vorhin auch bei 7 Millionen Euro warst. 7,9 Millionen Euro. Jetzt musst du aber auch annehmen, Freundchen. Ui, ui, ui. Was ist das für ein Typ? Ne, dann werde ich die Verhandlung benden. Dann werde ich die Verhandlung hier eiskalt benden. Das ist mir, ehrlich gesagt, viel zu blöd. Dann holen wir uns jetzt hier Dodo an die Sache ran. Und jetzt wollen sie für Dodo wahrscheinlich 9 Millionen Euro haben. Ich habe das jetzt hier komplett verkackt. Ich sehe es doch schon kommen. Dann dürft ihr mir in die Kommentare schreiben, was für einen Rechtsverteidiger ich mir holen kann. So, für Dodo. Ich gehe jetzt mal in 5 Millionen Euro Range und mache eine Weiterverkaufsgebühr mal wieder von 8%. Wir gehen jetzt direkt so hart rein. Komm. Mann. 7 Millionen Euro ist zumindest weniger, als was er vorhin da haben wollte. Aber Dodo ist halt auch schon 21 Jahre alt. Ähm. Neue Transfersumme. Wir gehen mal auf 6,6 Millionen Euro. Vielleicht wollen sie das ja auch annehmen. Yes. Schön. Faires Angebot. Das lese ich sehr, sehr gerne. Geil. So, also das heißt, einen Rechtsverteidiger haben wir auch als vernünftigen Ersatz für Gepre Selassie. Nicht nur geliehen, sondern für die weite Zukunft. So, du hast eine Rolle im Kader. Das Problem ist aber halt nur Rotationsspieler, weil Gepre Selassie spielt vor dir. Oh, er ist damit einverstanden. Wichtig. Wichtig, wichtig und richtig. Fünf Jahre sogar. Der hat richtig Bock auf uns. Der hat ja richtig Lust. Freigabesumme auch nicht. Und jetzt kriege ich auch richtig Lust auf ihn. Akzeptieren wir? Was verdienst du momentan? Der will sogar 10.000 Euro weniger verdienen. Ne, sogar mit dem Bonus. Das nehme ich an. Rein mit dir. Komm rein. Hey, Dodo ist ja mal ein Ehrenmann. Wunderbar. Und der hat Morgan Freeman als Berater. Das muss man auch erstmal haben als Berater. Und Frimpong, das ist eine Sache von, das ist Schnee von gestern. Den haben wir nicht mehr. Aber dafür haben wir uns jetzt halt eben wunderbar, richtig starken Rechtsverteidiger geholt. Das ist nämlich der Dodo. Und seine Werte. Guckt euch mal sein Tempo an, Leute. Boah, ist das geil. Was freue ich mich hier auf die Spieler. Und ich hoffe, ihr freut euch genauso sehr auf die Spieler. Ich hoffe, ihr freut euch auch genauso sehr auf die Karriere, wie ich es halt eben tue. Ich würde sagen, ich beende jetzt hier die zweite Episode der FIFA 21 Karriere. Hier wird halt natürlich sehr viel Theoretisches, sehr viel gelabert und so weiter. Ihr kennt das ja nicht anders. Und bald geht es los mit der Bundesligasaison. Dann werdet ihr auch mal wieder Spiele erleben können. Ich hoffe, das wird in der nächsten Episode schon passieren. Ich glaube aber schon. Bis dahin. Ich wünsche euch noch was. Tschüss, Kosti, Kosti, bye, bye. Macht es gut. Tschüss.